Gestern war Abgabe für das zweite Community-Event. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ja, irgendwann muss ja Abgabe sein. Ich weiß, ich weiß, der ein oder andere wollte vielleicht noch mitmachen und hat einfach über die Weihnachtsfeiertage keine Zeit gehabt oder warum auch immer. Kann ich nichts machen. Irgendwann muss ja Ende sein. Beim nächsten Event könnt ihr wahrscheinlich dann mitmachen, wenn ihr dann da Zeit habt. Mitgemacht haben fünf Leute, fünf Personen haben ihr Projekt eingereicht. Darunter Mr. Drachenteufel, Kamaru Kishin, Minella, Nedlef und Ophelios. Danke an euch fünf. Fühlt euch gegrüßt und geehrt von mir, von mir, ja, von mir, von wem sonst. Und ich denke mal, ich kann auch im Namen von Speedy auch nochmal Danke sagen an euch fünf. Und was habe ich vor? Ganz einfach, ich werde heute und morgen jeweils ein Projekt streamen und nächste Woche dann auch am 17. dann und die drauf folgende Woche dann wieder am Samstag und am Sonntag, dann haben wir die fünf Projekte jeweils an den fünf Tagen. Also heute um 21 Uhr, morgen um 15 Uhr, am 17. um 15 Uhr, am 23. um 21 Uhr und am 24. um 15 Uhr. Falls da irgendwas dazwischen kommt, werde ich das sagen. Auf jeden Fall kündige ich auch direkt davor auch nochmal die Streams dann immer an. Gut. Ihr könnt aussuchen, in welcher Reihenfolge ich die Projekte spiele. Dazu hat jeder eine kurze Beschreibung zu seinen Projekten geschrieben und ich werde eine Abstimmung starten. Die findet ihr dann in dem Community-Tab von meinem Kanal und direkt vor dem ersten Stream werde ich eine Abstimmung starten. Also hier Abstimmung und dann die Namen hier reinschreiben. Und ihr könnt dann abstimmen. Dasselbe mache ich dann vor dem zweiten, dritten, vierten und fünften Stream werde ich jeweils eine Abstimmung machen. Und ihr könnt dann quasi aussuchen, welches ich als erstes spielen soll, beziehungsweise als nächstes dann dementsprechend. Der Link zu den Beschreibungen befindet sich unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal durchlesen und ihr könnt selbstverständlich auch dranbleiben. Ich lese diese nämlich jetzt vor. Dann braucht ihr nicht selbst lesen, falls ihr das möchtet. Und vielleicht kommentiere ich das eine oder andere auch nochmal. So, Mr. Drachenteufel. Der Kostümmuffel und nicht sehr in Partylaune verfallene Sam ist mit seinem Freund Bodo auf einer Halloween-Party. Jedoch wird er von einem Schatten verschleppt und wacht in einem Schloss wieder auf. Dem Schloss von Sir Kerbien. Dem Herrn von Halloween. Dieser lässt Sam sich durch sein mit allerhand Rätseln zugebautes Schloss kämpfen. Das Ziel, er muss entkommen. Oh, das klingt nach Rätsellösen und gar nicht so sehr nach Kämpfen. Da fehlt dann wahrscheinlich der unbesiegbare Boss. Aber wer weiß, vielleicht kommt am Ende doch ein Boss nach den Rätseln. Klingt auf jeden Fall spannend. Das klingt wirklich cool und spannend. So, Kamaru Kishin. Wie konnte das nur passieren? Alles begann so harmlos. Eine vergessene Besorgung, ein Geschäft mit Rattenbefall und eine alte Frau, die helfen konnte. Erlebe drei Geschichten mit neun Enden, die du in einer beliebigen Reihenfolge spielen kannst. Aber gib acht. Erst wenn alle zufrieden sind und du perfekt warst, ist das Spiel zu Ende. Okay, das klingt mega cool. Klingen beide sehr cool. Und sicherlich klingen alle sehr cool. Okay, Minela. Ein Wichtel geht in der Menschenwelt verloren und versucht den Weg zurück zur Werkstatt des Weihnachtsmanns zu finden. Okay, lol. Ein Wichtel. Ich denke mal, dass ich den Wichtel dann steuern werde. Cool. Nedlyph. Happy Halloween. Wie jedes Jahr werden Lynn und ihre große Schwester Sarah von ihren Eltern zu ihren Großeltern abgeschoben. Lol. Um Halloween über dort zu verbringen. Doch etwas ist anders dieses Jahr. Seit Oma vor einem Jahr, vor einem halben Jahr verstorben ist, ist Opa einfach nicht mehr derselbe und ominöse Geheimnisse kommen ans Licht. Was wird Lynn und Sarah dieses Jahr im Anwesen ihrer Großeltern erwarten? Auch mega spannend. Mega, mega spannend. Das wirkt ein bisschen mysteriös. Like a thriller. Kommt cool. Kommt mega cool. Okay, Ophelios. Weihnachten steht vor der Tür. Geschenke werden gemacht, Kekse gebacken und die Familie kommt zusammen. Die Zeit für Besinnung ist jedoch bitter erkämpft. Jene, die keinen Dank erhalten, tragen eine Last, die zu Schultern unzählige Opfer erfordert. Erlebe die wahre Geschichte hinter dem Weihnachtsmann und erkenne, was es heißt, über seinen Schatten zu springen. Auch wenn dieser Schatten Zähne und Krallen hat. Das waren die fünf Projekte. Wie gesagt, direkt vor dem Stream, vielleicht 10 Minuten vor 21 Uhr, also 20.50 Uhr, werde ich die Abstimmung dann freischalten. Und dann könnt ihr daran teilnehmen. Findet ihr in meinem Community-Tab. Wie gesagt, Link auch in der Videobeschreibung, wobei das jetzt, werdet ihr finden, denke ich mal, den Community-Tab. Und dann freue ich mich auf heute Abend um 21 Uhr und Tschüsseli. Nicht vergessen, heute Abend 21 Uhr, morgen 15 Uhr. Tschüsseli.